Eine super Stimmung hier, also auch unter den Trainern, das Allgemein, das Ambiente, wie das alles hier voreinander ist, ist einfach wirklich ein super schönes Wochenende, was man hier verbringen darf. Alles kann, nichts muss, ist glaube ich so das Motto hier. Manche Pferde sind hier entspannter, manche nicht so, aber unter uns Trainern ist es halt super cool. Coole Interessenten und ein gutes Gefühl, auch bei den Leuten, die sich hier für die Pferde interessieren, sind, glaube ich, wirklich mit Herz dabei. Ja, jetzt bin ich hier in Aachen beim Musterbeck, glaube ich, und habe den ersten Frustrang im Fahrsport ausgebildet. Es war sehr faszinierend, wie er sich entwickelt hat, von einem eher introvertierten Pferd zu einem Pferd, was jetzt selbst im Bus vor dem Wagen vorweg läuft. Und er ist echt ein super Partner für den Menschen geworden, ist einfach ein super Allrounder. Ich habe mich tatsächlich bei Mustang Mach-Over beworben, weil ich unbedingt mal diese Magie der Mustangs einmal selbst erleben wollte, von ganz Anfang da einmal alles Leben zufüllen. Ich habe mich auch tatsächlich bei Mustang Mach-Over beworben. Ich habe mich auch langsam bei den Menschen verloren, weil ich weiß alles attraktiviert, wie es das ist, wie es passiert. Und er sich mit unserer einfachen Musterammer auf Ich habe mich ansehen. Vielen Dank.